Hey und herzlich willkommen zu meinen Witchery Tutorials. Heute möchte ich euch ein bisschen was über die Hobgoblins zeigen. Und zwar habt ihr die vielleicht schon mal öfters so gesehen, diese kleinen grünen Leutchen, wohnen meistens in solchen Hütten und die gibt es halt eben recht häufig so in der Welt. Ich folge mal jetzt diesem kleinen Kerl, denn wenn man irgendwie mit denen handelt oder so, kann man zum Beispiel Koboldite Dust in Nuggets und sonstiges eintauschen. Die braucht man für einige Rezepte in Witchery, unter anderem auch für ein Altar-Upgrade. Und man kann halt eben noch andere coole Sachen damit machen und so. Darum wollte ich euch in dieser Folge zeigen, wie man an Koboldite Dust rankommt. Das kann man nämlich auch nur mit Hobgoblins erreichen. Jetzt habe ich ihn verloren, jetzt weiß ich nicht mehr, wo er ist, aber der wird schon noch wiederkommen. Und zwar brauchen wir dafür erstmal etwas anderes. Das bekommt man nämlich nur von den Hobgoblins, dieses Koboldite Dust. Und das ist irgendwie ein bisschen böse, sag ich mal. Und zwar müssen wir uns jetzt erstmal eine Leine machen. So, hier ein Lead, einfach vier Strings und ein Slime Ball. Und dann haben wir das. Und ich glaube, das nehme ich direkt wieder mit. Und jetzt brauchen wir noch einen Hobgoblin. Wenn ich ihn denn jetzt wieder finde. Auf der Karte haben die leider keine richtigen Icons. Darum muss ich jetzt einfach mal random suchen. Er wird ja wohl nicht so weit von seinem Haus weg sein, hoffe ich doch mal. Ah, da, 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 da. Könnte ich auch noch was essen kurz. Was man nämlich dann im Endeffekt mit denen macht, ist, dass man sie an die Leine nimmt. Und sie quasi dazu zwingt, für einen Sachen abzubauen. Und da kann, gibt es dann die Chance, dass, ähm, ah, da ist er ja. Na, jetzt lag das. Ah, war richtig. Dass die auch Koboldite Dust abbauen. So, jetzt habe ich einen kleinen Hobgoblin an der Leine. Jetzt gucken wir mal, ähm, ich würde mich mal ein bisschen weiter runter graben. Einfach, um ihm eine bessere Grundlage zum Buddeln zu geben. Die Buddeln dann nehme ich einfach wirklich für einen Sachen ab. Ähm, wenn man die an der Leine hat, können sie auch Sachen in eine Kiste zum Beispiel legen. Also er hat jetzt gerade zum Beispiel was aufgesammelt. Und, ähm, ja, man kann die dann quasi so ein bisschen versklaven, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ja. Jetzt habe ich leider kein Holz, um mir eine Schaufel zu bauen. Das ist natürlich optimal. Hm. Na, komm, machen wir es so. Ah, diese Geräusche, das tut mir immer so leid, wenn ich die versklaven muss, die Dinger. Ah, das ist schon irgendwie ein bisschen fies. Ach, und, ne. Hm. Da geht es runter. Das ist ja durchaus praktisch. Ich habe leider keine Fackeln. Das ist natürlich blöd. Äh, ja. Ja, genau, da gehen wir gleich runter. Ach, dann schiebe ich mir die eben schnell. Ah, das ist ja eher jetzt doof, wenn das an sowas scheitert. Ähm. Ach, dann halt so. Das suche ich. So, Stein brauche ich eher weniger. Gut, dann komm, kleiner Hobgoblin. Hobgoblin. Ah, wo bist du? Ich möchte dich jetzt verloren, weil ich zu weit runtergesprungen bin. Ach, genug. Das wäre natürlich unruhig. Dich brauche ich nämlich noch. Hast du dich losgerissen? Das macht man doch nicht. Ich möchte ja auch nicht viel von dir. Ich möchte nur kurz zeigen, wie du coole Dinge machst. Komm. Komm, 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 komm. Ja, hopp. Na komm, dummes Ding. Ach, jetzt hast du dich schon wieder losgerissen, oder? Nein, doch nicht. Oh, nein, 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 nein. Nicht wieder rausgehen. Ah, ha. Äh. Ja, okay, das ist eine ein bisschen nervige Sache mit diesen Hobgoblins, dass sie auch wirklich dann tun, was man von denen will. Ja. Sehr gut. Genau. Und dann, rein theoretisch, kann man denen einfach eine Pickaxe dahin droppen. Offensichtlich keine... Oh, nein, ich wollte dich nicht freilassen. Entweder keine Bronze oder keine benutzte. Was werde ich jetzt daraus finden? Hast du die aufgenommen? Nein, hast du nicht. Okay, dann brauche ich eine unbenutzte. Habe ich noch meinen Tisch oben gelassen? Oh, ich bin noch im... Ah, 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 oh Gottchen. Ach, Gottchen, ach, Gottchen. Okay. Ja, dann machen wir das einfach so. Genau, doch. So, besser. Ups. Ups. Nein, 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 nee, nein, 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 nein. Warum willst du denn nicht? Muss er erst sein Ding loswerden, oder? Ah, warum funktioniert das nicht? Hm. Das wollte ich nicht. Ups. Nein, das wollte ich auch nicht. Wow! Böser Gubbel! Böser Gubbel! Ich wollte dich doch gar nicht! Ich wollte dich doch gar nicht! Oh, es tut mir leid. Jetzt muss ich ihn töten. Ach, Dreck! Okay, das war um einiges weniger produktiv, als ich gehofft hatte. Ach, Mann! Ja, okay, also irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Mal gucken, ob da oben vielleicht doch noch irgendein anderer Gubbelin ist, der uns dann nicht instant hasst und, weil wir ihn aus Versehen geschlagen haben, hust. Okay, ja. Also machen wir den ganzen Spaß nochmal. Diesmal hoffentlich mit besseren Ergebnissen. Das weiß ich natürlich nicht, ob hier noch weitere Gubbelins existieren oder ob das der einzige war, der hier gewohnt hat und bzw. ob alle anderen schon tot sind, aus welchen Gründen auch immer. Das wäre natürlich dann nicht ganz so schön. Ich habe halt, abgesehen von dem einen, auch keinen anderen mehr gesehen hier. Hm. Ja, wahrscheinlich sind die alle hier reingefallen oder so. Normalerweise sind es ja irgendwie zwei oder mehr. Dann gucke ich mal auf der Karte, ob ich vielleicht noch irgendwo hier so ein kleines Häuschen finde. Ich habe ja genügend hier erforscht. Was für ein Hexenhaus. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht noch mehr davon entdeckt habe. Ich meine, die gibt es doch eigentlich überall. Okay, vielleicht nicht überall, aber das dürfte doch eins sein, oder? Sieht doch sehr danach aus. Dann würde ich sagen, mache ich mal 100 und dann gehe ich in den Creative, weil ich sonst sterbe, wenn ich da runterkomme. Und dann gucken wir uns das mal an. Bam. Ja, das war sehr gut, dass ich in den Creative gekommen bin. Genau, da sind ein paar Hoopgoblins. Sehr schön. Hallo? Lauf nicht weg. Ich habe nur deinem Freund was getan. Dir werde ich niemals etwas tun. So, jetzt hat es funktioniert. Okay. Also war das wahrscheinlich wirklich nur deswegen, weil er Sachen versucht hat aufzuheben. Also hätte ich ihm wahrscheinlich erst eine Kiste dahin setzen müssen und dann hätte ich ihm das geben können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er auch, wenn er solche Sachen wie Sand baut, da auch Kobolder-Zeug rauskommen kann. Ja, das dauert halt jetzt eine Weile. Darum würde ich sagen, solange bis da wirklich was rausploppt, lasse ich ihn einfach mal machen und dann überspringe ich das. Und dann sehen wir uns wieder, sobald er irgendwas gefunden hat. Ha! Da! Seht ihr es? Seht ihr es? Seht ihr es? Das kleine blau leuchtende Gedönse da. Ich kann es jetzt wahrscheinlich eh nicht aufnehmen, weil ich zu viel Zeug habe, aber er hat Ran umgegraben und da ist ein kleines Kobolder-Dust. Ha! Unglaublich! Ein winziger Mini-Erfolg. Also das hat jetzt schon echt eine Weile gedauert, bis ich das bekommen habe. Also wir haben uns schon recht tief weiter gebuddelt. Ja, also soweit ich weiß, gibt es keine Beschränkung, was die Tiefe angeht. Also die finden theoretisch immer oder können theoretisch immer was finden, aber es dauert halt echt schon verdammt lange. Also ja, einfach hinstellen und warten, bis irgendwann da mal was rausploppt. Ähm, man kann währenddessen eigentlich halt auch nicht wirklich viel tun, abgesehen davon selber irgendwie rumzubuddeln und wertvolle Sachen, ouch, abzusammeln. Weil ja, man muss halt einfach wirklich warten, bis die das droppen. Ähm, und man braucht halt eben relativ viel von dem Koboldeit Dönse. Ansonsten, ähm, ich habe ja vorhin schon gezeigt, wie das dann aussieht mit dem Handeln. Also meistens braucht man noch mehr, abgesehen von dem Koboldeit Dast an sich. Und dann kann man das eben bei denen umtauschen in Nuggets oder vielleicht sogar in Ingets. Wobei ich glaube, hauptsächlich tauschen die Nuggets und dann muss man das halt selber zu einem Inget zusammenbauen. Also ist eine ziemlich teure Angelegenheit. Oh. Ähm, ja und halt eben eine, für die man sehr, sehr, sehr viel Geduld braucht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall mal zeigen, wie man das macht. Jetzt würde ich den Kleinen hier mal wieder... Oh, au. Oh, au. Ja, ich habe ihn aus Versehen geschlagen. Vorhin. Jetzt hasst er mich. Ähm, irgendwie habe ich ein Talent dafür. Dass diese Viecher mich hassen. Vielleicht sollte ich auch für den Sitz schlagen aus Versehen, wenn ich irgendwas anderes machen will. Aber... Ja, dann bleibst du halt da unten. Ist mir ja auch egal. Ähm, dann gucke ich mal, ob er vielleicht einen Freund hat. Wo ich nochmal kurz mit dem Handeln gucken kann. Ähm, meiner Erfahrung nach, zumindest war das glaube ich in der letzten Version so. Ähm, funktioniert das mit dem Handeln nur bei Hoop Goblins, die irgendwie in der Nähe ihres Hauses sind. Also diese Hoop Goblin Häuser, diese Runden kleinen. Ähm, irgendwie bei random Hoop Goblins, die ich einfach irgendwo gefunden habe ohne Haus, hat das irgendwie nicht funktioniert. Kann aber auch sein, dass ich irgendwas anderes falsch gemacht habe. Ähm, aber ja. Ja. Jetzt sehe ich hier gerade keinen. Aber ich hätte sowieso nicht genug, um wirklich zu handeln. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Und... Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hoop Goblins versklaven. Und... Ähm, ja. Dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!